Grüß euch, liebe Kinder! Der Kasperl und ich... Kasperl, wir sind auf Sendung! Grüß euch, liebe Rinder... Kinder! Willkommen auf unserem... Wie heißt das nochmal? YouTube? YouTube-Channel! Viel Spaß! Ah, hallo, grüß euch Kinder, wie geht's euch? Und wie habt ihr Fasching verbracht? Also was habt ihr euch denn verkleidet? Also ich habe mich nicht wirklich verkleidet, aber dafür habe ich ganz, ganz viele Fasching-Skrapfen gegessen. Mindestens so 300. Und ihr? Wo ist denn die Gretel hin? Ich habe schon wieder Hunger. Gretel! Uh, Gretel! Hallo? Hallo? Ah! Geh, Gretel! Das ist jetzt aber gar nicht lieb von dir, was du da gemacht hast. Also jetzt solltest du dich schon langsam daran gewöhnen, Kasperl. Oh, hallo Kinder! Schön euch zu sehen! Ja, und die sind auch da! Ich habe sie gerade gefragt, als wir sie sich verkleidet haben mit dem Fasching. Aber sie haben mir noch nicht wirklich Antwort gegeben. Also wisst ihr, was ich war? Ich war eine Prinzessin. Mhhh, langweilig! Ganz furchtbar langweilig! Ja, aber ich war eine schöne Prinzessin. Ja, und ich habe mein Kostüm nicht mit Fasching-Skrapfen-Marmelade voll gekleckert. Die waren einfach so gut, Kinder. Ihr kennt das sicher auch. Ja, ja, der Kasperl. So verfressen. Was willst du eigentlich da? Du hast mich gerufen. Ah, richtig! Ich habe dich gerufen! Hatten wir heute nicht eigentlich irgendwas auf unserem Plan stehen, was wir ganz dringend machen sollten? Ja, wir wollten doch zur Prinzessin gehen. Ah ja, richtig! Ich bin ein Topfenknödel! Die Prinzessin ladet nämlich auch immer ein zum traditionellen Fasching-Skrapfen-Essen. Eigentlich dürften wir den Kasperl da nicht mitnehmen. Der isst immer alle auf. Ja, stimmt. Die, die übergeblieben sind, die kann ich alle haben, hat die Prinzessin gesagt. Ja, es sind sowieso nicht immer viele übrig und die nimmt er sich dann alle. Ja, du, aber dann müssten wir losgehen, gell? Weil die wartet schon und die ist dann verzwickt, wenn wir nicht kommen, gell? Ja, sie mag zu spät kommen nicht. Ach, und etwas hat sie noch gesagt. Ah, ich soll auf die Etikette achten. Aber ich mag die nicht, die kratzen immer so beim Kragen. Kasperl, Etikette heißt nicht dieses Ding, was bei dir da hinten raushängt, sondern benehmen. Du musst auf dein Benehmen achten. Oje, das ist noch schlimmer. Ja, da ist Hopfen und Malz verloren. Na gut, also wollen wir los? Wir wollen los! Kinder, kommt ihr mit? Ja, bitte kommt mit! Auf zur Prinzessin, ich freue dich, Krapfen, Mira, komm! Juhu! Kasperl? Kasperl? Kinder, habt ihr den Kasperl gesehen? Das gibt's ja nicht. Wir sind gemeinsam hergekommen, aber auf einmal ist er nicht mehr da. Ich bin mir sicher, der hat jetzt schon die Krapfen gerochen und ist in der königlichen Schlossküche. Das gibt's ja nicht. Kasperl! Was ist das? Hallo, Gretel! Prinzessin, grüß dich! Hallo, Kinder! Wo ist euch denn, dass ihr da seid? Ja, Prinzessin, was ist denn los? Prinzessin, etwas Furchtbares passiert! Achso, was denn? Du musst dir ja vorstellen! Ja! Meine Halskette, meine liebste, schönste Halskette, die ich von meinem Vater, den König, bekommen habe. Sie ist verschwunden! Ahaha! Pfff! Aber diese Wunderschöne, die du mir schon mal gezeigt hast? Ja, genau die! Ich kann's mir gar nicht erklären, wie das passieren konnte! Oh Gott, oh Gott! Also, ich bin gestern, da war ich so gut drauf und so fröhlich, also bin ich in unserem Schlossgarten spazieren gewesen, ja. Ja? Und da, die Vögel haben gezwitschert und die Sonne hat geschienen und da habe ich mich unter den Apfelbaum gesetzt und bin eingeschlafen. Oh je! Und als ich aufgewacht bin, da, da war, da war die Gretel weg! Ja! Haha! Ist das nicht furchtbar? Nein! Oh, Prinzessin! Hast du denn überall nachgesehen? Vielleicht ist sie nur runtergefallen? Nein! Ich habe alles durchsucht! Ich habe mich durchsucht! Vielleicht habe ich gedacht, die sind irgendwo hängen geblieben, aber nein! Niemand hat sie gesehen! Niemand! Was mache ich denn jetzt? Kinder, das war dann ganz bestimmt der Räuber! Ausgeschlossen! Die Hofwachen hätten ihn doch bemerkt! Oh, das stimmt, das stimmt, ja. Oh, was mache ich denn jetzt? Prinzessin, ich werde dir suchen helfen! Wirklich? Willst du das tun? Absolut! Wo ist denn der Kasperl überhaupt? Ja, wenn ich das wüsste! Liebe Prinzessin, liebe Kinder, jetzt machen wir einmal eine große Suchaktion! Wir suchen den Kasperl und dann suchen wir deine Kette, liebe Prinzessin! Komm, spiel auf! Ich werde dir das tun! Du musst nicht auf die Knie fallen von mir! Alles gut! Ja, das machen wir! Liebe Prinzessin, ruhe dich aus! Such vielleicht nochmal ein Schloss! Das ist eine gute Idee, danke! Ja, gerne! Kinder, seid eine gute Sucher! Ja, das wusste ich! Perfekt! Perfekt! Dann gehen wir jetzt einmal Kasperl und Kette suchen! Bis gleich! Danke noch! Alles ist so viel von mir! Pfff! Das ist ja mein Kleid, Prinzessin! Komm! Wir tun dich einmal weg! Lass uns hier! Oh! Ist das lecker! Ist das gut! Mmmmm! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm! Kassperl! Ahhh! Was! Lix! Ich! Wo! Was! Was ist passiert?! Oh! Du, du, du Topfenknödel! Du Marilen-Schnitte! Du Rehwes und Tasche! Ich mach mir Hunger! Was ist denn los?! Wo warst du? Ich habe das ganze Schloss nach dir abgesucht. Ich auch. Wo war dir denn die ganze Zeit so was? Ja, es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Aber es hat so gut auch Krapfen geduftet aus der Schlossküche. Also bin ich gleich los. Geht es der Prinzessin gut? Nein, es geht ihr nicht gut. Und du wüsstest auch warum, wenn du da gewesen wärst. Was ist denn passiert? Ihre Kette ist verschwunden. Ihre Kette? Ich verstehe nur Bahnhof. Ihre Kette? Die Kette der Prinzessin? Die Lieblingskette? Ich verstehe nur Kette. Kinder, kennt ihr euch aus? Ich höre noch Kette, 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 Kette. Ich kriege es nicht auf die Kette. Bitte würdest du es nochmal erklären? Arschbein! Also noch einmal. Die Prinzessin hat doch zu ihrem Geburtstag von ihrem Vater eine Kette bekommen. Diese wunderschöne Kette, die Glückskette. Aha. Und die ist jetzt verschwunden. Das ist ja furchtbar. Sag ich doch. Das war sicher der Räuber. Nein, war er nicht. Warum? Weil die Wachen hätten ihn sonst gesehen. Ich verstehe. Dann war es sicher die Hexe Kniesebein. Ach nein, die ist auch auf Urlaub. Auf Spannonien hat er, geht's gut. Kasper, lass das. Lass was? Ich mach doch nix. Für dieses Geräusch, das ist sicher dein Magen vom vielen Krapfenessen. Nein, ich hab noch Platz für mehr. Ich weiß das nicht. Was ist da los? Kinder, wart ihr das? Das ist nicht lustig. Ja, ihr könnt aber toll Geräusche imitieren. Könnt ihr auch quaken wie ein Frosch. Ah! Kroko! Kroko, hallo, grüßt. Ja, grüß dich, Kroko. Alles gut mit dir? Du klickst dir gar nicht gut. Hast du Husten? Ich hole mich quaken ab. Nein, er hat doch keinen Husten. Bauchweh. Dein Ulricher Kirschkirrkisten. Moment. Äh, warum hast du denn Bauchweh? Hast du auch Krapfen gegessen? Wie viele? Hast du noch einen übrig? Nein, keine Krapfen. Was ist denn los? Ich hab eine Glitzerfrucht gegessen bei der Prinzessin. Oh, lecker. Wo gab's die? Die hab ich ganz übersehen. Glitzerfrüchte? Die hätte ich auch gerne. Nein, das war unter einem Apfelbaum. Oh, Apfelbaum. Oh, oh. Ich hätte jetzt noch Lust auf Äpfel. Kinder, du, war diese Glitzerfrucht vielleicht hart und dünn? Ja. Was redest du denn da? Hart und dünn, das war eine Glitzerfrucht. Die war sicher super lecker. Mit Schoko umhüllt, gell? Nein, nein, die war rosa. Oh, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Der hat sicherlich die Kette der Prinzessin gegessen. Aber Blödsinn, der Krok hat seine Brille nicht auf und hat sicher wieder alles andere gegessen. Was hast denn du heute alles gegessen? Hast du wieder Spaghetti gegessen und ein Stuhlbein oder was hast denn du heute alles gegessen? Zähl einmal auf. Leber Gesämmel. Lecker. Einen Schuh. Iiii, der sticht ja. Oh, Bauchweh. Oh, je. Kinder. Kasperl? Ja? Hol was zum Kitzeln. Ich hol was zum Kitzeln. Oder weißt du was? Ich hol die Säge und wir sägen sie ihm einfach aus dem Bauch. Nein, nicht sägen. Und ich hol was anderes. Ach, Kroko. Kitzel, Kitzel, Kitzel. Wo haben wir denn da was? Ein Schnitzel. Warte, ich massier den Bauch. Oh, ich habe ein Kitzel-Aparatur gefunden. Was sagt er dazu, Kinder? Ist das nicht toll? Na, greizend. So, Kasperl, Kitzel ihn. Ich gehe mal aus dem Weg. Ha, ha. Los. Kitzel. Kitzel, 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 Kitzel. Ha, 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 ha. Und hilft, ist die Kette schon da, Kinder? Seht irgendwo eine Kette? Nein. Na gut, aber... Noch einmal. Kitzel, 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 Kitzel. Ha, 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 ha. So wird das nichts. Kinder, ihr müsst uns helfen. Wir zählen jetzt bis drei. Sehr gut. Und dann sagen wir ganz laut, Kitzel, Kitzel, Kitzel. Dann muss es funktionieren. Seid ihr dabei? Sehr gut. So. Eins, zwei, drei. Kitzel, 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 Kitzel. Ha, ha, ha. Hallo? Ha, ha. Ja, Krogo, Gretel, es hat geklappt. Da ist die Kette. Du darfst doch nicht einfach alles essen, was irgendwo am Boden liegt. Ja, das mache ich leider auch ab und zu, aber das ist nicht gut und nicht gesund. Oh, ist die schön, Kinder. Oh, ein bisschen verschleimt. Also ich würde sagen, Krogo. Ja. Du passt ein bisschen auf, was du isst. Ja. Setz deine Brille auf. Ja. Und jetzt gehst du nach Hause und ruchst dich ein bisschen aus. Krapfen essen, krapfen, krapfen. Nein, nicht. Nicht krapfen, Krogo. Ach, der ist ja fürchterlich. Wir werden nachher noch nach ihm sehen. Ja, auf jeden Fall. Kinder, vielen Dank, dass ihr uns so toll geholfen habt. Ihr seid spitze. Und ich glaube, Applaus. Ja, guck, 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 guck. Aber jetzt bringen wir da Prinzessin die Kette. Ah, glaubst du, dass wir als Findalone vielleicht noch so ein bisschen Schokolade kriegen? Oder vielleicht einen Apfel oder vielleicht... Aber jetzt gib eine Ruhe doch. Das ist doch unmöglich. Kinder, Kinder, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten. Kasperl und Gretli. Ja, wir sind auch auf Facebook. Wir sind Facebook. Ja, und Instagram. Instagram sind die, genau. Wir sind total in. Wir sind super. So, also danke fürs Helfen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.